Das ist, wie ich immer so, eine Goldmedaille. Der Sport ist schon ein Vergleich zwischen der Kultur und dem Sport. Aber das ist aber auch der Wert der Moskau. Das muss man unerkennen. In diesem Moment ist der Beweis für die Arbeit, die zu der Zuburg geleistet wird, dass die internationale Unerkennung kriegt. Das ist eine Konzentration für die Arbeit, für die Leute, die in ihrem Sektor schaffen. Das ist natürlich ein Beweis, dass die Co-produktion, dass die Film von Laurent Witz und Alexander Spigares gemacht haben, dass das internationale Kansage-Niveau hat. Das ist klar, aber das ist ein hoher Preis für ganz Lützeburg. Das ist bewiesen, dass man als kreativer Bereich zu Lützeburg auch auf internationalem Niveau kann aufholen. Und dass man auch da eine Rolle spielt.